Aktuell sind wir in der Azubi-Filiale in Neubiberg. Hier dürfen wir selbstständig die ganze Filiale leiten. Mir war es immer schon wichtig, in einem Beruf zu arbeiten, wo ich Menschen helfen kann. Als Bankkaufmann habe ich die Möglichkeit, Kunden zu beraten und ihnen bei Entscheidungen zu helfen. Aktuell bin ich in der Abteilung von den Heilberufen. Besonders cool finde ich daran, dass wir die Beratungsgespräche nicht nur in der Bankfiliale haben, sondern dass wir auch die Ärzte in ihren Praxen besuchen. Das ist wirklich ein extrem offenes Klima. Es wird die offene Feedbackkultur gelebt. Wenn man Hilfe braucht, wird einem sofort geholfen. Man darf sehr viel alleine erledigen, man darf Events planen, man darf mit Kunden alleine Gespräche führen. Die Münchner Bank, in drei Worten für mich, wäre auf jeden Fall spannend, auf jeden Fall lässig, partnerschaftlich, vertrauenswürdig, einzigartig, offen und bayerisch.